Hallo liebe Fans der Astrologie und des Mondes. In diesem Video geht es um den Mondzyklus im August und wir schauen uns die astrologischen Konstellationen der vier Mondphasen an. Wenn euch euer persönliches Zoroskop interessiert, findet ihr das in meinem Video Bezaubernder August mit den Voraussagen für die zwölf Sternzeichen. Und ich empfehle euch auch das Video mit der kosmischen Schwingung für den August. Und wenn ihr mich für eine persönliche Beratung erreichen wollt, findet ihr die Infos dazu hier in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Die Mondphasen im August erzählen von Liebe, Lust und Kreativität, aber auch von Heilung und spirituellen Begegnungen. Außerdem beinhalten sie nicht zuletzt günstige Mondphasen, um sich neu zu stylen und die Haare schick richten zu lassen. Besonders der Neumond am 1. August im Löwen und der Neumond am 30. August in der Jungfrau sind ideal für einen neuen Haarschnitt oder eine nachhaltige Schönheitsbehandlung. Unser Mondzyklus im August beginnt mit dem Neumond im Löwen am 1. August und der verbindet sich mit den Liebesplaneten Venus und Mars, die ebenfalls im Löwen stehen. Ich habe es in der kosmischen Schwingung schon gesagt, Lust und Liebe stehen hoch im Kurs. Die Venus zeigt uns, dass es darum geht, sich zu verbinden und die Liebe zu feiern, aber auch einfach gesellig zusammenzukommen. Allerdings bildet sie zu Neumond ein Quadrat zu Uranus. Das bringt ein Element von Überraschung und Chaos hinein. Das sorgt aber auch dafür, dass es bei Flirts ganz besonders heftig knistert. Uranus verstärkt sozusagen das Charisma und den Magnetismus, die in der Luft liegen. Man ist geneigt, neue Romanzen anzufangen mit Leuten, die vielleicht nicht wirklich passend sind, die man gerade wegen ihrer Andersartigkeit bewundert und faszinierend findet. Solange wir offen sind für Veränderung und Wachstum ist das spannend. Allerdings steht die Konstellation ja in den fixen Zeichen Löwe und Stier und so kann es passieren, dass wir zwar den Moment aufregend finden und uns für ein neues Projekt oder eine neue Liebe begeistern, dass wir aber dafür nicht wirklich etwas in unserem Leben verändern wollen. Gerade wenn wir uns in jemanden verliebt haben, mit dem uns eigentlich nicht viel verbindet, stellt sich vielleicht heraus, dass daraus keine langfristige Beziehung werden kann. Venus Quadrat Uranus, das ist die typische Konstellation für ein Strohfeuer, aber die Inspiration ist enorm. Deshalb begünstigt der Neumond auch alle Künstler und Kreativen und eignet sich wunderbar, wenn ihr Auftritte und künstlerische Projekte geplant habt. Spannend ist dabei, dass gleichzeitig Chiron einen heilenden und positiven Aspekt zum Neumond bildet. Das heißt, selbst wenn eine Sache sich nicht langfristig entwickelt, kann sie doch einen heilenden Effekt auf uns haben und uns zu wichtigen Erkenntnissen verhelfen. Nämlich darüber, worauf es uns in einer Beziehung wirklich ankommt. Auch das Thema, inwieweit wir bereit sind, uns für eine aufregende neue Entwicklung zu öffnen und zu verändern oder nicht, ist dann angesprochen. Und wir können heilende Erkenntnisse über uns selbst erlangen. Etwa indem wir akzeptieren, dass wir eine bestimmte Situation nicht verändern wollen, auch wenn wir dafür auf eine stimulierende Chance verzichten müssen. Oder indem wir uns einen Ruck geben und eine Veränderung einleiten, auch wenn sie vielleicht unbequem ist, um in unserem Leben Neues zuzulassen und zu integrieren. Und für die Evolutionsagenten, die in heilenden und helfenden Berufen tätig sind, ist das ein toller Neumond, um neue Projekte zu planen und um in der Welt wahrgenommen zu werden. Der Mond zieht dann weiter und befindet sich beim ersten zunehmenden Mondviertel im Skorpion. Er bildet dann erneut eine Verbindung zur Venus, die gleichzeitig einen traumhaft schönen Aspekt zu Glücksplanet Jupiter formt. Wahrscheinlich steht jetzt nochmal das Thema im Raum, ob wir offen für Neues sind und vielleicht doch einer neuen Liebe eine Chance geben wollen oder ob wir derzeit noch nicht bereit sind, unser Leben zu ändern. Der Mond im Skorpion ist eher skeptisch und löst sich nur schwer von Vorstellungen, die er sich einmal von einer Sache gemacht hat. Doch in den Tagen danach, von Donnerstag den 8. spätabends bis Sonntag den 11. August frühmorgens, zeigt sich die Liebe von ihrer allerschönsten Seite und wirkt sehr verlockend auf uns. Wir können uns dann durchaus vorstellen, dass auch das Wagnis, sich auf etwas Neues einzulassen, Zukunft haben könnte. Zumal der Mond beim ersten Viertel auch schöne Harmonie-Aspekte bildet, nämlich hier zu Romantikplaneten Neptun und zur wilden Lilith und hier zum Mondknoten, da entsteht dieses große Harmoniedreieck. Das zeigt einen starken Sog hin zu einer romantischen Affäre an, selbst wenn diese uns auch Probleme bereiten könnte. Es ist aber auch eine sehr spirituelle und kreative Konstellation. Wer alleinstehend ist, kann diese Mondphase nutzen, um Inspirationen und Botschaften aus der geistigen Welt zu empfangen. Der Vollmond am 15. August, exakt um 14.29 Uhr, facht erneut die Gefühle von Liebe und Lust an. Beim Vollmond stehen sich Sonne und Mond ja immer gegenüber. Das ist diesmal in den Zeichen Löwe und Wassermann. Das seht ihr hier, da ist der Wassermann, hier der Löwe und außerdem steht er dabei in einer engen Verbindung zu Venus und Mars. Das spricht für eine ausgesprochen leidenschaftliche und schnell erregbare Energie, sowohl in der Liebe als auch in kreativer und schöpferischer Hinsicht. An diesem Tag läuft der Merkur, der dann im Löwen steht, in Spannung zu Uranus, was erneut viele Geistesblitze und Ideen mit sich bringt. Die sind vielleicht nicht alle realistisch, aber als Samenkorn für neue Inspirationen bestimmt sehr ertragreich. Gleichzeitig bildet der Merkur auch einen positiven Aspekt mit Chiron und deswegen ist das für die Evolutionsagenten unter uns sicherlich auch eine gute Zeit, um sich kreative Gedanken über neue Heilmethoden zu machen oder um neue Strategien zu entwickeln, wie sie ihrem Anliegen in der Gesellschaft Beachtung verschaffen können. Haltet euch euer Notizbuch oder Smartphone für diese Mondphase bereit, um eure Ideen festzuhalten, wobei man ja immer sagt, handgeschriebene Notizen verankern sich besser im Gehirn. Der Mond erreicht dann am 23. August das abnehmende Mondviertel in den Zwillingen und das ist genau an dem Tag, an dem die Sonne um 12.02 Uhr ins Zeichen Jungfrau eintritt. Auch Venus und Mars befinden sich dann schon in der Jungfrau und werden vom Mond aktiviert. Außerdem bilden die Liebesplaneten einen stark anregenden Aspekt zu Uranus und das ist dann ein positiver Einfluss. Die Liebesenergie fließt also weiterhin in Strömen und zwar jetzt in den Erdzeichen Stier und Jungfrau. Das ist eine sehr sinnliche und körperbetonte Energie, die gleichzeitig bestrebt ist, körperliche Bedürfnisse zu stillen und auch einen gewissen Sicherheitsgedanken zu berücksichtigen. Die Jungfrau steht ja für eine umsichtige und vernünftige Handlungsweise. Verrückte und wilde Affären oder Projekte, die wir zu Neumond im Löwen begonnen haben, werden jetzt realistischer betrachtet, machen aber immer noch Spaß. Ihr könnt euch dann schon mal überlegen, welche Projekte ihr zum nächsten Neumond beginnen wollt. Dabei sind die Themen Arbeit und Gesundheit besonders betont. Wenn ihr also einen Termin für ihre Gesundheit, Wellness oder Schönheit oder auch einen neuen Haarschnitt machen wollt, ist die nächste Neumondphase in der Jungfrau ideal dafür. Und der Neumond ist dann exakt am Freitag, den 30. August um 12.37 Uhr. In der Neumondkonstellation stehen fünf Planeten in der Jungfrau und alle gegenüber Neptun und Lilith. Das heißt, die vernünftige Jungfrauenergie trifft auf romantische Illusionen und unvernünftige Leidenschaft. Der September wird also auch noch mal heiß. Aber darauf gehe ich dann in den Videos für den September ein und den Neumond schauen wir uns im nächsten Mondzyklusvideo dann auch noch mal genauer an. Das waren meine Gedanken zu den Mondphasen im August. Mehr über eure astrologischen Tendenzen im August findet ihr in meinem langen Video Bezaubernder August mit den Aussichten für alle zwölf Sternzeichen und in dem Video mit der kosmischen Schwingung. Da gibt es auch wieder einen tollen Preis zu gewinnen. Also schaut mal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.